Das ist meine liebe Frau, die mich total kräftig unterstützt. Das ist schon die halbe Miete. Das ist schon die halbe Miete. Man sieht nicht das Fett richtig in den Händen, glänzt. Das ist ein sehr schwerer Stöllenteig, sagt man, wenn der Fettanteil hoch ist. Bei einem leichten Teig sagt man, wenn der Fettanteil geringer ist. Haben Sie ein Geheimrezept? Ja klar, das ist ja das. Ich habe das für mein Meister, für mein Meister, für sein Meister und nur für alle Ideen. Sonst hätten wir ja alle dasselbe backen, wenn wir alle dasselbe hätten. Das hat schon seine Geheimnisse. Das macht uns ja so einzigartig. Mhhhhh. Das wird bestimmt gut. Beim Kochen. Beim Kochen. Gucken Sie regelmäßig? Ja. Ich koche ja auch leidenschaftlich. Backen und kochen Sie das alles. Vielleicht wollte er auch probieren. Das ist nicht seine Worte. Eine Scheibe Wurst oder Käse wird besser, ne? Äh. Ich schau sie doch mal an. Jetzt mache ich ja die Große Schäume. Und das werden jetzt die Kleinen. Die im ganzen Marfa Kaffee haben. Und Schüssel. Zeitzeug. Ja. Dieses